Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen So Musch ja wieder mal hin hier hinten Brauchen wir bestes Material Gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox vertrügeln Schumige Leute hier Spiel dort Spiel dort Was zum Mhm Man will sehen Ich hab da so'n Gefühl Du weißt immer so was mir Spiel hier Zucka warte Okay Okay Und nun Scheiße Bring mir die Trommel Ist das nicht Das hübscheste weiße Mädchen In ganz Kolumbia Also dann Die Gewinnzahl ist Nummer 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 Siebenundsiebzig Ja, was sagt man dazu Hier Erster Gewinner Nummer Siebenundsiebzig Holen Sie sich Ihren Preis Der erste Wurf Der erste Wurf Hä? Bitte 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 nicht Es war meine Schuld Bitte, bitte Nein Was tut sie Na los Wirfst du jetzt Oder trinkst du deinen Kaffee Etwa lieber schwarz Hahahaha Nehmt lieber mich Oh, da haben wir ja einen ganz schüchten Moment Da ist er Wo hast du das Brandzeug her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen Hahahaha Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs Alter Scheiße Das Spiel ist echt nichts für warme Gemüter Scheiße 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 Komm, komm, komm Blut dich jetzt Da ist er Hier Mach da Ah Au 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 Okay Dann Selbst mal Nad habe mal mit Man verkauft der Erkundschaft das Paradies Und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Neger-Häftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen. Die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert, mir egal. Ey, der hat Neger gesagt. Awesome. Ey, die haben eine Lebensanzeige. Okay. Das soll ein Polizisten sein? Mein Gott ey. Wo? Wo sollst ihr denn? Wir schlafen, Leute. Ich glaube, es ist ja schon morgens um drei hier. Ich habe ein Double-Entschiefen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Wäre natürlich nice, wenn ihr das sehen könntet. Ja, nach den ersten 20 Minuten hier, kann ich nur eine sagen. Haben wir auch viel Salz für die Kaffee. Delikid hier. Gut. Das Spiel ist echt genial. Also, wirklich. Wahnsinn. Ich kann auch noch was die da reden. Fireman, irgendwas. Hier ist Salz. Salz an Pullen. Das ist ja voll unlobbar. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Oh, toll. Ihr Leidensverstand. Deine Kraft. Ein Heifelskuss. Tja, man liebt nur einmal. Oha. 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 Das war keine Kostprobe. Das haben wir schon gegriffen. Oha. Fresse. nicht mehr noch...hier heil verschlossen ich hab dort die leichen ah man kann die noch i saw a blue ribbon nett ist auch ein geiler spiel da so direkt ins herz geschlossen so 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 so